Jemand hat die Tür zur Grabkammer offen gelassen und die Haustiere der Mumien sind in das Tal der Pyramiden entlaufen. Bei Die Mumien des Pharao ist ein gutes Gedächtnis gefragt. Die Suchkarte verrät, welches Tier als nächstes gefunden werden muss. Was verbirgt sich wohl unter den Pyramiden? Schade, der Flamingo war es diesmal nicht, aber keine Sorge, das kann sich ändern. Und gut gemerkt ist halb gewonnen. Jetzt ist der Nächste an der Reihe. Gefunden! Nun zeigt die Aktion auf der Rückseite der nächsten Karte, wie es weitergeht. Wer kann sich merken, wo sich nun welches Tier verbirgt? Fällt eine Mumie ins Loch? Gibt's einen Extrapunkt? Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel. Geübte Spieler können sich an der Profi-Variante probieren und mit mehr Pyramiden und einer Zusatzregel den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Die Mumien des Pharao. Das spannende Gedächtnisspiel auf zwei Ebenen für ein bis vier Spieler ab acht Jahren. Entdeckt auch der zerstreute Pharao. Das praktische Schade des Blumenes vertrecht. Die Dächtung des Bauchers.